Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Monster Girl Quest. Weiterhin mit Negoja. Hallöchen. Und heute, ja, wir sind woanders, wie man vielleicht sieht. Wir sind wieder in Eliasburg. Aus einem ganz bestimmten Grund, denn wie mir von einem, verdammt, das ist jetzt ein Kommentator oder eine Kommentatorin, das konnte ich glaube ich aus dem Namen nicht rauslesen, gesagt hat, man kann in den Städten, nachdem man einen Quest geschafft hat, einfach mal sich nochmal umhören und Leute haben was anderes zu sagen. Das ist zwar nicht das Allerwichtigste, aber ich meine, wir hatten ja die vierfache Banditengruppe in Eliasburg sozusagen, ähm, ja, einziehen lassen. Von daher, vielleicht finden wir ein paar lustige Sachen, die sie jetzt da anrichten. Das wäre doch mal nicht schlecht. Jo. Gehen wir von oben nach unten wieder durch, will das jetzt mal? Ja. Die Frage ist jetzt, ist Youth wieder männlich oder weiblich? Männlich. Oh, ist ein Junge, hm? Youth ist, glaube ich, immer jugendlicher. Irgendwie sowas, oder Jugend. Ähm, wie kann ich mich mit mir aus so einem kleinen Monster haben? Toller Text. Er hat total viel Licht ins Dunkeln gebracht. Jupp. Sie waren nicht so, was... Ey, sie... Okay, nochmal. Sie waren nicht so, was ich erwartet habe, sie zu sein. Ich bin nur ein bisschen schade jetzt. Ja, also irgendwie scheinen sie jetzt alle nicht mehr ganz so viel. Ich habe gerade den Drakon und den Vampire gesehen. Ist der Drakon größer geworden? Ich will keine Monster in dieser Stadt. Es scheint, dass ich in der Minderheit bin, also ich will nichts sagen. Hm. So the band of thieves were just those little things? What are their parents doing? Do Monsters not care at all about their children? Monsters raise their children differently depending on the type. Some let their children be independent from birth. Since I'm a Lamia, I don't really know, how a dragon or vampire would raise their kids. I hope the people of the city can raise them. Ich habe jetzt gerade irgendwie gedacht, dass Alice mit der alten Frau redet, weil ich an der Lamia bin. Ist das, da weiß ich nix. Hä? Was sagst du da? Das hätte schief gehen können. Aber ein interessanter Gedanke. Von der Geburt an unabhängig. Oh oh. Klinge ich sehr freundlich. Crap. I'm really sick now. Is that the punishment for before? I won't lie anymore, Elias. I promise. I won't bully my little sister either. Sehr schön. Hat das wenigstens den guten Zweck erfüllt. Oh yeah. You had the courage to go and fight them. But they turned out to be so little. Your courage should still be praised though. Ja, ihr habt euch nicht getraut. Sagen wir es einfach mal so. Jetzt wird es interessant. Oh, das Bild. Das Bild dazu schon war so ehrlich. Move, move, move. Ah, der Hero von bevor. I'm working hard on the street. Yeah, you'll grow up to be a splendid monster. You seem a lot different from the other three. Ah, they were born in the north of Centora and they came from the east. I met them when we were all heading south. Ah, is that how you met? From the east? I didn't think they dressed like you do. I used to dress like they did, but I changed. This is the bandit style from Natalia area. I see. Ja, es ist schön, wenn sich die Jugend schon wie Banditen anzieht. Ja. Ah, Waffen-Shop mit. Ja, Drache. Ah, ja. Strike one iron heel. Okay. Jetzt müsste ich nochmal irgendwie hier haben, um das nachzumachen. Verdammte Scheiße. Du kannst ja nachträglich einbauen. Ja, genau. Genau, Sound-Effekte. Ja, schön. Obwohl. Nee, Quatsch. Das kann nicht sein. Weil der sagt, is no ordinary proverb. Das muss ein ganzer Satz sein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir uns blamiert. Ähm, strike while the iron is hot is no ordinary proverb. It's a way of life. Äh, ist das ich? Ist das die kleine? Ja. UGA! The little dragon seems to be trading with the blacksmith. Oh, hero! This little child is giving it her all. Once she can learn a useful skill, I'm sure she won't do bad things anymore. UGA! I do my best! I grow up to be a good blacksmith! Good luck! Die haben Spaß. Da hat man gehört. Darauf eingehämmerd auf den Amboss. Toolshop. Ah, da ist der Vampir-Mädchen! Welcome! Welcome! The Vampire-Girls eyes start to shine. Oh mein Gott, wo geht das denn? Buy 3.000 Herbs! Hey! Don't use your eyes like that! It looks like the Vampire-Girls is helping the shop owner. Das hätten die in Anführungsstrichen setzen können. Oh, ja! Sheesh, I can't take my eyes on this girl for a second! Ha, thanks for everything! Die machen wahrscheinlich jetzt das Geschäft ihres Lebens. Oh, ja! Warte mal, wer fehlt jetzt eigentlich noch? Die, die Lamia fehlt noch. We mustn't let monsters live with us in the city! War das nicht der boring priest? Ja, ja, doch! Elias will surely send her judgment! Oh, der hat keinen Besuch gehabt, schade. War irgendwie zu vermuten, dass die Kirche gegen Monster in der Stadt ist. Naja, was will man machen? Ah, da ist sie! Welcome! Welcome! Oh, are you working here? Yep, I'm doing my best! She's a surprisingly hard worker. I want to teach her, how to make Ama-Ama-Dangos too. But I don't have any happiness, honey. If a hero doesn't go to happiness village soon, we may never be able to make them again. Hm, okay. Das heißt, da wir diesen Speicherstand genommen haben, wo wir noch nicht im Harpien verseuchten Dorf waren, um die Männer zu retten, könnten wir theoretisch nochmal herkommen und vielleicht gibt es dann wieder eine andere Dialogoption. Lassen wir mal testen gleich. Hm. She says as she looks at me expectedly. Hm. Okay. Dann. Hm, wie komme ich jetzt am besten in den nächsten Speicherstand? Ja, ich klicke einfach mal auf happiness village und mache Laden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir da die Harpien-Königin besiegt. Das wäre Nummer 37. Kann das sein? Hm. Ich fühle mich nicht zu weit aus dem Fenster. Lehen, aber vom Bild her würde das passen, ja. Hm. Wir haben den Speicherstand gefunden, beziehungsweise uns fortgeklickt und es gibt nur eine Änderung, also alle Leute hier in der Stadt haben dasselbe zu sein, bis auf die Besitzerin des Sutherland Inn, weil wir ja jetzt die, den Honig wieder geliefert wird. Oh, willkommen. Willkommen. Ich hoffe, dass du die Situation in der Happiness Village resuliert hast. Ich lasse dich hier wenn du willst. Oh, kurz und knackig. Oh. Na gut. Dann gehe ich einmal kurz auf Judge, weil dann kann ich nämlich von dort aus wieder laden und wir machen dort weiter wo wir eigentlich aufgehört haben, würde ich sagen. Nämlich mit Speicherstand Nummer 60 ist das. We came back to Elyas Port. Shall we head right to the Port to find the boat or talk to some people first? Ey, unsere erste Safe Location. Moment, schluck! schluck! wenn schon voller Magen, dann direkt das Bier hinterher kippen. So sieht es aus. Äh, ja, wir können doch mal mit den Leuten reden, haben einen guten Auftakt hier in der Stadt. Ja. Also wieder der Jugendliche. Genau. Kitsuns are so fluffy and cute and I'm a prisoner of their cuteness. Oh, wie schön formuliert. I hope a fox finds you and picks out all your hair. Böse, Alice. Why does hate foxes so much? Hm, das hat n Grund. Selene wurde once in the middle of a storm and she was able to fight them off. For her last voyage she ventured off in search of some kind of mysterious treasure. Some believe that her ship sank but I don't know. I'm not a pirate maniac. I just admire her. As usual there's nothing here worth buying. Even with all my money there's no use. Should I move to Cent ora? But I heard there are a lot of strong monsters that attack settlements there. I may not be able to endure that kind of thing. You went into that cave and came back. You must be kidding. Sehr gut. Machen wir den Soldaten auch noch gleich hinterher. the monster already had leveled for an ordinary soldier. I wouldn't be able to fight the ones at the southern end of Satorra. The people living there must live a life of fear. If Heinrich was here, he'd be able to stop that monster. But the heroes today are no good. They just strut around proudly and run away as any sign of trouble. Heroes today are only cowardly. Like when Granberry attacked, all of them ran away. All of them but me. They don't even deserve to carry a sword. I understand your feelings. Just because they got baptized, they aren't real heroes. Only by fighting for the weak can you be a true hero. A fake hero talking about heroes. That's fucking mine. We have trotzdem recht. Weapon sharp. If the zero doesn't open soon, I'll go out of business. I can't beat a monster who can cause a storm on command like that. Eight generations of owning the world shop. The arme man. No weapon to kaufen by him. Aw. Welcome! I still don't have much. I wanted to go to Port Natalia this year. I wonder how mana the mermaid is in good spirits. Oops. I careless remark in this town. If someone heard that the priest at the church would give me a lecture for three hours. What did you say about a mermaid? What nothing was was Jetzt darfst du das auch mal sagen. Normalerweise haben das immer die kleinen Monster-Mädchen gesagt. Das ist immer schön. Ich hatte schon eine Idee, ob wir ein Trinkspiel machen, für jedes dieser komischen Worte einfach ein Trinken. Also so, ey und kia und uga. Aber wenn dann die Aufnahmesession ein bisschen länger dauert, dann sind wir aber echt schnell hinüber, glaube ich. Ist auch gut. Darauf träge ich ein. Ist eine gute Idee. No matter how hard I pray, the storm continues. Oh, Elias, how can I get you to help us? Ah, es sind die Leute in Port Natalia. Sie müssen mit den Monstern haben. Das ist ja, Elias muss die Ruf-